Die Teleclub Serien Highlights im Dezember. Gefährlicher Diamantenhandel in der Stadt der Engel. ICE, Staffel 2, auf AXN und mit Teleclub Now auf Abruf. Ein Monfess Grube beschließt den Job zu wechseln und wird Filmproduzent. Statt jedoch die Welt des Verbrechens hinter sich zu lassen, bringt er es aus Versehen nach Los Angeles mit. Get Shorty, Staffel 1, auf Teleclub City und auf Abruf mit Teleclub Now. Machthungriges Anwalts- und Nachrichtenduo, das alles tut für ihre Karrieren. Notorious, Staffel 1, auf RTL Passion. Neueste HBO-Comedy-Serie mit Jennifer Garner als biedere Mutter, die sich mit Freunden auf einem Campingausflug wagt. Camping, Staffel 1, auf Sky Atlantic. Als in Atlanta eine tödliche Epidemie ausbricht, regelt die US-Gesundheitsbehörde die ganze Stadt ab. Containment, Staffel 1, jetzt verfügbar mit Teleclub Now im Serien-Baget. Taffe-Action-Serie um den legendären Wikinger Ragnar Lodborg, der zum König seines Volkes aufsteigt. Vikings, Staffel 1 bis 5a, jetzt verfügbar mit Teleclub Now im Serien-Baget. Die neuesten Serien im Dezember exklusiv auf Teleclub.